Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter vor acht und wenn man an der richtigen Stelle steht und dann seine Kamera parat hat, wie mein Kollege Marcel Herber hier heute an der NIDA, dann kann man ganz tolle Fotos einfangen und dann ist aufgrund der Farbgebung allein schon irgendwie das Frühlingsgefühl da im Sinne von, das sieht irgendwie ganz schön wärmend aus und warm, in Anführungszeichen zumindest, wird es in den nächsten Tagen, aber es herrscht wechselhaftes Wachstumswetter. In diesen vielen Ws steckt dann auch Wachstum, das ist gut für die Natur, dass es regnet, aber der ein oder die andere wird natürlich sagen, ein bisschen Sonnenschein, Frühlingswetter und Richtung 25 Grad wäre toll, das haben wir nicht, aber vielleicht schaffen wir die 20 Grad, aber diese Tiefs bringen immer wieder Frontensysteme über uns drüber weg und das bedeutet, dass auch eben immer wieder Regen fallen wird und das haben wir mal aufsummiert, also jede Stunde, die hier klickt, addiert wieder neue Niederschläge auf und das Gesamtbild kommt dann in der Nacht zum Sonntag raus und da sehen Sie dann gerade hier im Nordwesten Deutschlands und auch im nördlichen Frankreichs sowie auf den britischen Inseln verbreitet 25 bis 50 Liter auf dem Quadratmeter, aber in den Trockenregionen Südfrankreichs und Italiens, auch Norditalien, die große Kornkammer Italiens, da haben wir weiterhin keine Niederschläge zu erwarten, also hier eine wirklich bald bedrohliche Situation. Wir gucken wieder zu uns und sehen, dass die Warmfront mit ihren Regenfällen sich jetzt langsam nach Osten zurückzieht, dahinter reißt der Himmel auf, teilweise zumindest, es wird trocken werden, ganz im Südwesten Deutschlands ist es klar, die Temperaturen direkt am Alpenrand bis 1 Grad, sonst 4 bis 9, Rheinland, Düsseldorf, Bordenköln sind dann so bei 10 Grad, morgen der Vormittag, ganz im Süden Deutschland, sehr schön, auch in der Mitte viel Sonne, nach Nordwesten bildet sich die Kaltfront, die nachmittags dann wieder reinzieht, da geht es dann frühlingshaft südlich weiter, das heißt Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, da sieht es sehr freundlich aus, hier erreichen die Temperaturen dann auch meistens Werte zwischen 16 und bis zu 20 Grad, weiter nach Nordwesten sind es 11 bis 15, auf Helgoland 9, Südwestwind stark an der Nordsee und das sind die Aussichten zum Schluss, wie gesagt, wechselhaftes Wachstumswetter in Niederbayern und Oberbayern Donnerstag bis 21 Grad, am Freitag etwas kühler, das war es vom Wetter, Ihnen einen schönen Abend, bis dahin und tschüss.